Der Architekt Yoshio Taniguchi genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für seine Bauten wie das Nationalmuseum in Tokio und die Galerie der Schätze des Horyochi-Tempels sowie auch für seinen Neubau des Museums of Modern Art in New York. In der Präfektur Kagawa gibt es zwei Kunstmuseen, die von Taniguchi entworfen wurden. Das Mimoka Museum für zeitgenössische Kunst, konzipiert als ein für Japan ungewöhnliches Kunstmuseum, gleich um die Ecke am Bahnhofsvorplatz, zeichnet sich durch einen modernen Raumentwurf und die geschickte Nutzung des natürlichen Lichtes aus. Das Higashiyama Kai Seto Uchi Kunstmuseum wurde an einem dafür besonders ausgewählten Ort errichtet, um in der Landschaft des Seto-Gebietes eine Oase der Ruhe verwirklichen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017